Der Junge, der kann gut fliegen muss, setz dich mal auf dein Stühlchen, kannst halt nur hochgucken. Jetzt geht die wilde Poster, wenn er auf dich zukommt, gehst du hinter ein Auto, der Marco fliegt perfekt, Marco, der Pilot, das ist einer der besten Hässe, die es überhaupt gibt, 5 Kilo. Das ist eine kleine Poster, die meine Löffnung ist. Das war ich mal weiter für mich, ich habe zu schwenken, prüfen wer es auf dem Kurven ist. Oh, guck mal, 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 guck mal. Was hast du denn gesehen? Das ist ja gut, totalerweise. Das hat einen höheren Gang reingetan, höhere Drehzahl. Das hat einen höheren Gang reingetan. Aber den Flug wollte ich eben nochmal gucken. guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020